Wenn der Charlie mal mit mir nach Wien fahren kann, braucht er einen Maulkorb, weil das so gefährlich ist. Und jetzt wollen wir halt einen Maulkorb kaufen. Das war sehr schwer, weil der Charlie hat ein sehr breites Köpfchen, aber sehr kurzes Näschen. But we found one. He loves it. Not. Da müssen wir jetzt erstmal das Öhrchen durchmachen. Da muss dein Ohr rein. Hä, habe ich jetzt dein Ohr da durchgebracht? Ja. Sorry. Warte, ich hab's gleich. Yay! Hey, das ist der Einzige, der passt hat. Oh da, Alter, das schaut so gefährlich aus. Aber es sind auch richtig viele Plätze da drin. Also das ist so voll okay. I guess. Da muss wieder oben, geht. Da muss wieder oben. Das neue, da muss wieder. Das neue oben. Jo, da muss neue oben. So fein. So fein. So fein. Du. Das neue oben. So me rechts.